Jo, Freunde, wie geht's euch? Ich hoffe gut, hallo und herzlich willkommen. Jo, Freunde, wie geht's euch? Ich hoffe gut. Herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video. Wir haben uns gedacht, wir haben in letzter Zeit genug über Corona und irgendwelche Lockdown-Maßnahmen gesprochen und wollen jetzt mal wieder ein bisschen ein witzigeres Video machen. Wir haben ja aktuell leider Home-Workout-Zeit. Ich hoffe, dass du auch fleißig zu Hause aktiv bist. Wir haben hier auf dem Channel vor einigen Wochen schon mal ein Home-Workout von Pamela Reif gemacht. Ein Bauch-Workout, was für uns natürlich keine Herausforderung war. Da kannst du dich gerne nochmal selber von überzeugen. Wir dachten uns, wir brauchen da was Härteres und machen heute einmal ein Home-Workout von Mr. Sascha Huber. Ja, Rob und Maurits sind wieder dabei. Aber wie gesagt, ist für uns einfach sehr wahrscheinlich auch wieder keine große Herausforderung. Wir haben einen Ganzkörper-Workout rausgesucht. Er hat Brost-Bizeps-spezifische, aber die werden für uns, ja, gehen wir nicht näher drauf ein. Wir machen einen Ganzkörper-Workout. Ja, haben noch nicht weiter reingeschaut. Und Mediaguy hat sie eben ausgesucht. Und wir legen direkt los. Und zwar haben wir hier, im Gegensatz zur Pamela, immer so ein bisschen Erklärzeit. Und wir haben ein Warm-Workout. You're up. Up, up. Das ist der Riegel. So, rest. Also, wir machen Jumping-Lunches. Ah, ne, aber immer zwei Jumping-Lunches und dann ein Quad-Jump. Das ist koordinativ gar nicht so einfach. Und Maru, das alles gut? Ja, ja. Sidekicks. Was auch noch mal damit gemeint ist. So, auf jeden Fall ein bisschen Platz. Ich hab die auch noch nie gemacht. 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 Er京 filters. Easy. Warum muss ich das denn mit mir springen? Okay, ohne Ton. Höchst interessant. Und jetzt! Oh, easy. Dann ist eigentlich das Aufhärmen vorbei. Ja, bald. Krass. Also er springt von einem Plank in so ein seitliches Biest. Der Boden frisst weiter. Was ist denn jetzt hier? Warum schon noch mal jumps? Wir springen nur um. 180. Hast du es zu Jumps? Man dreht sich nur. Schleißiger Mauriz. Das wird wieder ein bisschen auf den Bauch. Das wird wieder ein bisschen ruhiger. virtuelles seilspringen ohne seil muss man wenigstens hoch springen double under noch mal Ja, 40 Sekunden, easy. Sprint haben wir mal überlegt. Untertitelung des ZDF, 2020 Vier, drei, zwei, eins. Immer noch easy. Ich habe Uffn, das fällt vorbei. So Rob, auf geht's. Was haben wir mit 15% weibigen Zuschauern? Man sieht das schon überall eigentlich, wenn man das zieht. Aber noch vorne, von unserer Seite, andere Seite, und wieder zurück. Was war's, oder? Wo war's jetzt schon? Ich dachte, jetzt ist Roam up rum, Moritz, oder? Ja, guck mal, da musst du hier schon. War, 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 Freunde. Also tatsächlich, jetzt war mehr auf den Puls, aber tatsächlich fand ich Pamela Reilly irgendwie krasser. Ja, doch, ja, ja, schon. Aber auch, weil's irgendwie komisch war, weil sie einfach keine Pause macht. Und immer das Gleiche. Und immer die Füße in der Luft hat. Also der lebende Beweis, ach, keine Herausforderung für uns. Ach, Moderation. Trotzdem Gefall hat, lass uns wie immer gerne einen Daumen hoch da. Mach Homeworkouts, geh raus, geh spazieren, bewege dich. Ich hoffe, wir sehen uns möglichst schnell auch wieder hier vor Ort in der Zwischenzeit. Wie gesagt, Homeworkouts liken, Kanal abonnieren, Glocke aktivieren. Wir sehen uns. Ciao.